Kokasana ist die Kuckucksstellung. Es gibt verschiedene Stellungen, die als Kokasana bezeichnet werden. Kokasana 1. Gib die Hände auf den Boden und hebe beide Beine hoch und gib die Knie auf einen Oberarm bzw. des Ellbogen. Dann strecke die Beine aus und wenn du kannst, gib sogar die Oberschenkel auf Knie oder Oberarme und eventuell drehe sie noch etwas weiter auf die Oberarme. Kokasana 2. Komme zur Hockstellung, gib die Hände auf den Boden bzw. komme zur Kniestellung, Vajrasana, gib die Hände auf den Boden und jetzt hebe die Knie hoch und die Füße hoch. Diese Stellung fordert die Bauchmuskulatur in sehr hohem Maße. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch oder gefällt mir, probiere es aus. Wenn dir die Stellungen gelingen, dann schreib es doch in die Kommentare. Fabian, Eduard hinter der Kamera und Zuka.de wünschen dir viel Freude beim Yoga. Wir sind von www.yoga-vidya.de Beine hoch.de